Hallo und herzlich willkommen zurück zu Willy Morgan. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört und ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Also wir haben neu dazubekommen. Ja gut, Behälter mit Blumen, den müssen wir immer noch abgeben. Die Flasche haben wir dazubekommen. Die ist wahrscheinlich leer. Ach nee, die kann ja gar nicht leer sein. Er hatte ja gesagt, er hofft, dass die dicht ist und nicht ausläuft in seiner Tasche. Genau. Die will ich jetzt aber nicht unbedingt mit den Streichhölzern anzünden, weil ja. Ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal eben, ob wir in der Apotheke reinkommen. Kommen wir immer noch nicht rein. Das ist immer noch zu. Also, das Rathaus, denke ich, habe ich abgeschlossen. Vielleicht kann man nochmal zu dem hin und mit dem reden. Apotheke. Müssten wir noch was machen. Papp, denke ich, mir mal ist abgeschlossen. Der Waffenladen sollte normalerweise auch abgeschlossen sein. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob man nicht irgendwo vielleicht nochmal zusätzlich was machen kann. Musikinstrumente, denke ich, ist auf jeden Fall abgeschlossen. Zum Friedhof können wir nochmal gehen. Da wollte er alles nicht... Haben wir das eigentlich schon mal angeguckt, hier den Grabstein? Ja. Da ist im Prinzip hier nur dieser Sarg drin und der Müll, den er nicht mitnehmen wollte. Willst du den vielleicht anzünden oder so? Ja, man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Na gut. Äh. Ja, das denke ich auch, aber... Naja. Ähm. Ach, ich will immer auf M drücken, Mann. So, Fakt ist auf jeden Fall... Also, im Leuchtturm müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Ich denke aber, dass das wahrscheinlich das Ende sein wird. Wenn wir alle Teile haben, dass wir dann Koordinaten haben. Bei der Kirche denke ich mir mal, dass wir mit ihm hier noch was machen müssen. Hm. Vielleicht ist er Raucher? Keine Ahnung. Ich bin nicht ein Arsonist. Ja, du sollst ihn ja nicht anzünden. Alkoholiker? Better not. Nicht. Ja, ja, ja. Haben wir noch außer das Auto? Nee, sonst können wir... Nichts anderes mehr. Ähm. Kann das sein? Also, ich habe wieder einen nervösen Zeigefinger gehabt. Das tut mir leid, aber es funktioniert endlich sehr gut. Die Frage ist nur, kann man die jetzt irgendwie benutzen? Okay, kann man mit dem reden? Ähm... Vater, wann sieht das, der geschrien hat? Genau. Vater, war es du, der screamed? Son, sogar der größte und karmelige Mann würde verlieren seinen Tempel über dieses Outrage. Hm. Ich verstehe nicht. Was bist du denn? Somebody dared zu kickstart den Devil's Auto. Ich verstehe nicht. Outside der Kirche ist ein Maschine. Ein Wichel-Maschine. The kids of Bonetown used it to play. All that clamoring and laughter disturbed my concentration. It's not easy to write a two-hour sermon, but it's necessary to maintain a straight-laced community. I instructed never to use it anymore, and it's been years since it fell quiet. But today, someone has transgressed. It'll be necessary to rely on the Holy Scripture again. Are you planning to write a sermon about the Scriptures? Oh, no, son. This situation has to be resolved in the most drastic way. I have a task for you. You'll have to restore the order of things. I don't think I'm the right person for it. You're here in my presence, so you're the right person for the job. I didn't want it to come to this, but things are escalating. Take this sacred relic. It will be your mission to fix it and place it outside the church. Everything is already set up. A sacred aperture will host the word. And shoot! It seems like just a sign to me. Young and pure of soul, it's the word that will prevent the newly-started havoc from spreading any further. But it just says, play forbidden. Isn't that enough for you? My mind cannot suffer distractions. My sermon must be impeccable. Carry out your mission. But the sign is broken. Ask for help from the blacksmith right outside. Maybe he can help you. Okay. Okay, also den Schmied fragen. Goodbye, son. Okay, dann sind wir endlich mal einen Schritt weiter gekommen hier. Mal schauen. Ich brauche Hilfe. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. I need help. I'm on a mission from God. Or rather from the Reverend. In this case, I can give you a second. What do you need? The Reverend has entrusted me with a mission. I have to fix this sign. Can I take one of your tools? I might have what you need. Inside the toolbox is a multipurpose tool. It serves to tighten, bolt, even open some specific locks. It's the only thing I can give you for your mission. The rest I need to repair this wreck. Make good use of it. Thanks. Hmm. Müssen wir eventuell bei dem einen Typen einbrechen? Goodbye. Bye. Wobei, das sieht mir jetzt nicht so aus, als ob man damit einbrechen könnte. Ähm, wo ist denn da? Good idea. Perfect. Now the sign has a certain stability. Okay. Aber wo? Wo kann ich das jetzt hier festmachen? Vors Fenster oder was? Äh. Da ist ein Loch. Ah. Okay, die Frage ist jetzt nur, müssen wir jetzt nochmal mit ihm reden? Das probiere ich jetzt nochmal kurz. Mission accomplished, Father. Very good, son. I can sense that now the church and my concentration are protected. That hellish car won't have any power anymore. Technically it's not off. It can be used again, but the word will stop it. Okay, if you say so. Goodbye. Goodbye, son. Es kann wieder benutzt werden, sagt er. Ist das jetzt ein Hinweis? Ups. 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 Äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal reingehen soll. Ähm. Ähm. Glas? Hallo? Halt still, son. Don't touch anything. At least until I know who did it. Alright. Dann sag ihm einfach, dass du es warst. What happened? Somebody, some ungodly soul, guided by an evil hand, damaged the sacred stained glass windows. Have you seen any black sheep wandering in my church? I think I saw some kids playing up front. I thought so. Surely it was one of them. Can you describe the person? Ähm. Rothaarig? Ähm. Red haired. Anything else? Sehr, sehr groß. Very tall. And he distinguishing marks? Ähm. Hat er einen Schleuder? He had a slingshot. It's clear. Michael, Michael. I think today I'll pay a visit to your parents. I'll go and resolve the situation. Nobody can disfigure the sacred church of Bontown. Shelter of the poor. Symbol of faith. Beacon of the community. Hahaha. I think laufen ist, das ist genial. Weird. I could have sworn there were some microinscriptions on the glass. Actually, this glass shard contains a piece of the map. Supposedly the one belonging to Reverend Drake. Ja, noch ein Stück der Karte. Oh mein Gott. Können wir denn hier noch was anderes jetzt machen, jetzt wo der endlich mal weg ist? Nö. Nur aus. Wieder zu raus. Wieder zu raus gehen. Genau. Tolles Deutsch. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ähm. So. Moment. Dann haben wir jetzt noch ein Stück gefunden. Wie viele Stücke haben wir denn jetzt? Sieben von neun. Wir können jetzt nochmal probieren, entweder ob der... Nein, ich wollte da hin. Ob der Apotheker jetzt da ist. Der ist nicht da. Vielleicht können wir ja auch irgendwie die Tür... Ah, schade. Aber da das noch nicht weg ist, habe ich jetzt echt so gehofft, dass das jetzt irgendwas bringen würde. Stimmgabelschere. Hm. Ja, Schlösser öffnen. Aber welche Schlösser öffnen? Das ist die große Frage, weil ich muss doch... Oder ich habe doch nirgendwo was, wo ich... Also außer jetzt hier, das Türschloss, das muss ich öffnen. Aber ansonsten habe ich doch gar keine Schlösser mehr, die ich öffnen kann. Schlösser öffnen. Also ich nehme an, dass das öffnen extra deswegen so groß geschrieben ist, weil man damit was machen muss. Die Frage ist nur... Ich könnte nochmal zum Friedhof gehen. Aber der will ja das Grab nicht öffnen. Die Kuh ist übrigens immer noch da. Ja, hatten wir schon. Hm. Jetzt bin ich wirklich so ein bisschen... Das Museum haben wir eigentlich schon abgeschlossen, würde ich sagen. Das haben wir eigentlich auch abgeschlossen. Also für mich persönlich ist das Gasthaus auch abgeschlossen. Kann natürlich sein, dass wir da nochmal hin müssen. Je nachdem, wie die Story weitergeht. Bibliothek. Aber das wird wieder nicht funktionieren, oder? Doppelter Boden. Spezielles Fach. Nein! Kann man erst nicht nochmal verwenden. Na gut, dann nehmen wir vielleicht doch mal die Nagelfeile. Oh, danke. Danke, danke, danke. Oh, ich werde wahnsinnig. Oh. In der Zwischenzeit. Oh, endlich. Jetzt habe ich gerade vor Schreck einen Schluck Kaffee getrunken. Oh, endlich. Hätte ich vorher gewusst, dass dein Animation kommt, wäre ich natürlich nicht dauernd da reingerannt. So. Achso, ja, wir müssen ihm das geben, genau. Oh. 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 Perfect. Now I have everything I need. My recipe is practically done! It will be a drink that is sure to make waves in the world. Non-alcoholic, dark-colored sparkling. It can even cure a headache. I wouldn't want to ruin your dream, but I think that already exists. Actually, I believe you're even in danger of clashing with some mega-corporations. I know the market very well. I managed to isolate and replace the secret ingredient with another. Really? Which one? Well, it's the root extract of, uh, oh, hey, ah, nice try, boy. You almost had me going there. It's the only ingredient that is not present on the list. Take it. I don't need it anymore. Thank you. Better read it away from prying eyes. Mm-hmm. A bit, uh... Wait a minute. This list is a bit strange. I can glimpse something under the text about the ingredients. It's a receipt. It says, I, Dr. Alfred Every, on July 15th, 2008, deliver to Steve Bonnet the artifacts found in the basement. In exchange, Mr. Bonnet transfers to the Every family, free of charge, the property of the building where the family business is actually located. The agreements will not be disclosed. Yours faithfully, Dr. Every. It's countersigned by Steve Bonnet, too. To which artifacts is Dr. Every referring? If the agreements have not been disclosed, the only one that would know anything about it is Uncle Steve. I'd better get over to his office to investigate. Danke für den Tipp. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich weiterkomme. Ehrlich gesagt, hätte ich jetzt mit den Apotheker... ...gesprungen. Mhm. Kann ich da jetzt rein, oder was? Nee. Ja, aber ich komme doch auch nicht da rein. Ja, das ist ein bisschen, äh, cool. Aber auf jeden Fall. Und jetzt? Ähm. Oh. Das rote Telefon. Erkennt ihr das wieder? Ich hab... Nee, die Polaroid-Kamera hab ich nicht mehr, ne? Ne? Finde ich auch. Vor allen Dingen, wenn man damit wahrscheinlich jetzt bald gefesselt wird, wenn das so weitergeht. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Kann ich hier echt nichts anklicken? Doch da unten. Und was ist das? Und was ist das? Es sieht aus, wie ein bisschen Diary. Es ist etwas drin. Es ist etwas drin. Ich glaube, ich bin nicht falsch. Das ist ein Stück von Kidd's Crew. Es ist sicherlich Every's. Der letzte Stück ist weg. Es ist endlich, der Koppel ist fertig. Auf dieser Koppel ist ein paar Koordinaten. 47 Nr. by 78 Nr. Ja, ich glaube, ich könnte oben noch so ein Post-it anzicken. Oh Gott. Okay, ähm, 7.4.2008. Henry kam aus Bontown zurück. Er sah aus wie ein Kind an Heiligabend. Er sagte, er hat große Neuigkeiten, die er mir mitteilen will. 7.7.2008. Kaum zu glauben. Henry hat sein Ziel erreicht. Er hat endlich den Beweis, dass der Schatz von Kit, von dem wir geträumt haben, seit wir Kinder waren, wirklich existiert. 9.7.2008. Henry hat noch mehr entdeckt. Eines der Mitglieder der Mannschaft scheint ein gewisser Chris Avery gewesen zu sein. Laut Henrys Nachforschung zog Avery hierher nach Bontown, nachdem er sich nach dem Piratenleben zur Ruhe gesetzt hat. Ich muss bei den alten... Ich muss bei der alten Apotheke halten. Es sind die einzigen Averys, die es noch hier im Bontown leben. Vielleicht wissen sie etwas und ich könnte Henry bei seinen Forschungen helfen. 15.7.2008. Ein Glücksgriff. Ich habe Fred um Erlaubnis gebeten, seine alten Sachen im Keller zu durchstöbern. Nach ein paar Stunden habe ich etwas gefunden, das wie ein altes Stück von einer Karte aussah. Mit einigen Koordinaten und einer Münze. 47 Nord, 78 Ost. Diese Koordinaten zeigen auf Außenbezirke von Bontown. Punkt. Im Gegenzug wollte Fred das Eigentum am Gebäude. Ah, verstehe. Vier Wände im Gegenzug für den unbezahlbaren Schatz erschienen mir als fairer Tausch. 18.7.2008. Ich habe Henry gesagt, dass ich die Koordinaten des Schatzes gefunden habe. Er schien sehr zögerlich. Seiner Meinung nach kann es nicht so einfach sein, wegen Kids Einfallsreichtum. Einfallsreichtum? Es ist egal. Ich habe endlich die Gelegenheit, ein Vermögen zu machen und meinen Namen in die Geschichtsbücher zu schreiben. Ich werde Henry sagen, dass ich so bald wie möglich zum Graben anfange. Ach, da geht es auch weiter, oh Gott. 20.7.2008. Ich glaube, Henry wird verrückt. Er hat mir gestanden, dass er mit der Neuigkeit Kids Karte gefunden zu haben, an die Öffentlichkeit gehen will. Ich kann ihn das nicht tun lassen, wo wir doch so nah am Schatz sind. Ich weiß, was Henry im Sinn hat. Er ist eifersüchtig wegen meiner Entdeckung. Und wie immer will er den ganzen Ruhm für sich selbst. Ich werde noch einmal mit ihm reden, um ihn zu überzeugen, sein Verhalten mir gegenüber ändert sich. Ich sehe ihn immer mehr taktieren, glaube ich. Und er teilt seine Ideen nicht mehr, wie er den Schatz verwenden will. Es wäre gut, wenn jemand unten in den alten Wirtshaus nach ihm sieht. Bob, denke ich mal, soll es heißen. Und Jack haben ein Auge auf ihn, bis er hier in Bontown ist. Also mit diesen altmodischen Ersten. Da habe ich echt Probleme, das zu lesen. Es tut mir leid. Ich habe ihn angegriffen und während des Kampfes, ist er von der Klippe gestürzt und nicht wieder aufgetaucht. Ich wollte nie, dass das passiert. Henry, ein für allemal, du hättest mir Platz für mich und meine Träume geben sollen. 2.8.2008 Immer noch keine Spur von Henrys Leiche. Für den Moment ist es besser, den Ball flach zu halten, um Verdacht zu vermeiden. Elisabeths Herz ist gebrochen und der kleine Willi hat wahrscheinlich noch gar nicht realisiert, was passiert ist. 30.10.2008 Nach zwei Monaten habe ich beschlossen, wieder an die Arbeit zu gehen. Der Schock von Henrys Verschwinden scheint nachzulassen. 12.05.2009 Noch nichts. Schon seit Monaten grabe ich in Bontown herum. Aber keine Spur vom Schatz. Unmöglich. Die Koordinaten sind richtig. 5.08.2015 Ich musste auf öffentliche Mittel zurückgreifen, um die Grabungen zu finanzieren. Ich weiß, ich bin nah dran. Es gibt nur noch ein paar Orte, an denen ich graben könnte. Wir müssen vorsichtig sein. Einige der Einheimischen haben die Grabungen bemerkt. Ich musste lügen. Ich habe ihnen versichert, die Grabungen finden wegen der Arbeiten einer Firma mit Genehmigungen statt. Ich muss auch den anderen sagen, dass sie diskreter sein müssen. 10.10.2017 Selbst der Stadt gehen die Mittel aus. Und außerdem sieht es aus, als hätte unsere letzte Ausgrabung den Wasserstrom, der die Stadt speist, umgeleitet. Also war das nicht ganz unrichtig, was wir da gelesen haben. Es macht nichts. Es ist ein notwendiges Opfer zum Wohl der Öffentlichkeit. Ich verspreche, einen Teil des Schatzes zu spenden, damit die Stadt wieder aufblühen kann. In der Zwischenzeit versuche ich, den Schaden mit Notlösungen zu begrenzen. Keiner dieser Trottel hat die leiseste Ahnung, wie man ein Rathaus führt. Wenn ich also vorsichtig bin, kann ich die letzten zur Verfügung stehenden Mittel noch ausgeben. Ich kann das nicht glauben. Steve knew. Eigentlich ist Steve der Architekt des Todes. Und all because of his envy and the longing to find kids treasure, to think they were so close, almost brothers. Dad really trusted him, but he should have guessed his changing, and kid wasn't that stupid. All the pieces of the map are needed to find the treasure. I have to escape from here and unmask Steve. This diary will be the proof. Better go to the old lighthouse. The light will guide you. Let's hope that's true. Na hoffentlich kommen wir da überhaupt noch hin. What's going on? Boss, we can't find the young Morgan anywhere. We can't be volatilized. Continue to search. If he has his father's insight, he has surely discovered something that we've been missing till now. I'm going back to my office. This city needs a person able to guide it. Ahahaha. Alright, let's go. It's Steve and the innkeeper. They're in collusion. I have to get out of here as soon as possible. Ich muss aber noch... Nee, die Pinnwand. Fenster. Schnell raus. Du sollst da rausgehen. Ahaha. Ich kann nichts machen. Noch eine Pinn... Achso, das ist nur das hier. Ja, aber dann geh doch durch dieses dämliche Fenster raus. Ach so. Ja, 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 Moment, wir haben ja ein Seil. Schmeiß weg das Seil. Ja. So würde ich auch immer flüchten. Okay. Oh mein Gott. Kann ich mit dem auch nochmal reden? Um den zu enttarnen oder so? Ich habe ein paar Fragen zu dieser Notiz. Na gut, dann gehen wir jetzt schnurstracks zum Leuchtturm. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass das Spiel bald zu Ende ist. Leider, weil es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht bisher. Die alte Münze, das ist der Teil, den ich noch nicht verstehe, aber wahrscheinlich dann da, wo wir hin müssen. Okay, let's drive. Wahrscheinlich ist... Aber sag mir jetzt bitte nicht, dass der Kaugummi-Automat... Ähm... Das sind die Koordinaten. Das heißt... Äh... Aber Osten ist hier. Wie will ich denn hier die Koordinaten einstellen? Moment. Vor allen Dingen 47 haben wir gar nicht. Doch, Moment, hier 47? Oder ist das jetzt quasi bei denen auf der Karte Nord und da Ost? Nee, das waren aber 47... Ach nee, nicht 48, sondern 78, ne? Moment, Moment. 78. 78 und dann... 47, 78. Das habe ich gerade eingestellt. Also nehme ich an. Jetzt ist er wieder auf Standard zurückgestellt. 78 und... Bingo! This is the point marked on the map. Let's see in what direction the lighthouse is pointing. Wieso jetzt 48? Hä? Okay, dann gehen wir zum Friedhof. Moment, der war hier. Da? Aber wieso kann ich es nicht anbissieren? Habe ich mich jetzt verschritten. Hm, okay. Deswegen die alte Münze. Piratenmünze. Maybe this coin wasn't used as currency in the earthly world, but rather to pay the ferryman for a journey to the afterlife. Let's try. Oh oh. Ähm. Hallo? Where did I end up? It seems like a natural cave. Da es hier nach noch eine Weile weiter ging, machen wir einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.